Da denkt man, man hat es geschafft. Und was ist, ist nicht. Der letzte Zug von Herford nach Deppmold wird einfach mal ausnahmslos, ersatzeslos, ohne Bedenken gestrichen. So, bin ich hier in der schönen Stadt Herford gefangen. Zum Glück, also so war es natürlich auch um Viertel vor sieben, wo man natürlich auch richtig Bock auf so eine Scheiße hat. Ein Hoch auf die Muddi. Mama, Dankeschön. Sie holt mich jetzt ab. Ich gönne mir meinen letzten Kaffee von dieser Kaffeefahrt. Jo, und warte jetzt auf Mami.